Du wirst wissen, wie wir als Immobilienmakler jetzt für dich deine Immobilie verkaufen können? In diesem Video erfährst du, wie wir die Bonität der Käufer checken. In dem Video von gerade eben hast du erfahren, was wir machen, wenn wir anfangen, deine Immobilie zu verkaufen. Das dauert ungefähr 14 Tage bis ca. 4 Wochen, bis wir die ersten Besichtigungstermine realisieren. Das bedeutet also, in diesem Zeitraum, 14 Tage bis 4 Wochen, finden die BTs, also Besichtigungstermine, statt. Im Vorfeld haben wir natürlich schon Kaufanfragen, wie verschiedene Exposés. Die Kaufinteressenten melden sich bei uns. Was machen wir? Mit den Kaufinteressenten führen wir erstmal ein persönliches Gespräch und gucken, passt diese Immobilie überhaupt zu dem Kaufinteressenten. Wir werden auch jeden Käufer fragen, wie lange suchst du denn schon nach einer Immobilie? Oder hast du gerade erst angefangen, dich mit dem Kauf einer Immobilie zu befassen? Und meistens fährt man dann schon raus, ja, ich suche schon länger, drei Monate, sechs Monate, oder ich habe jetzt gerade erst angefangen, oder ich suche schon viele Jahre. Jetzt rate mal, welche Kategorie von Kunden für dich die bessere ist. Genau, diejenigen, die schon etwas länger suchen, aber nicht zu lange. Heißt also, es gibt Menschen, die suchen seit einem Tag, dann gibt es Menschen, die suchen seit drei bis sechs Monaten, und es gibt Menschen, die suchen seit sechs Monaten bis, weiß ich nicht, zwei bis vier Jahren. Das sind die Kunden, die wir haben wollen. Menschen, die schon wissen, was sie kaufen wollen, die haben schon mal Immobilien besichtigt, die haben schon mal mit ihrer Bank gesprochen, das sind unsere Käufer. Und genau das ist unser Job. Wir selektieren genau diese Käufer heraus und machen Besichtigungstermine in deiner Immobilie. Teil unserer Maklerleistung. TeilHABs Teil unserer Makler Wanna-Hïsche Teiluna Bis zum nächsten Mal.